Jetzt haben wir einiges über E-Mails, Kontakte und Termine erfahren. Ich möchte Ihnen abschließend hier noch zeigen, wie Ihnen Cortana dabei helfen kann, Termine zu verwalten und Sie an bestimmte Dinge zu erinnern. Dazu rufe ich zunächst einmal die Einstellungen von Cortana auf. Dazu klicke ich hier unten in das Eingabefeld von Cortana und dann hier auf diese Schaltfläche Notizen. Wenn Sie noch nicht mit den Schaltflächen vertraut sind, klicken Sie hier oben auf das Menü und die Beschriftungen werden eingeblendet. Also hier über Notizbuch erreiche ich die Einstellungen und dort kann ich diesen Schalter einschalten. Ich schalte den jetzt mal aus, damit nichts passiert. Das heißt, wenn hier dieser Schalter auf Ein steht, brauche ich nur noch Hey Cortana sagen und ich kann anschließend eine Frage eingeben. Sie müssen also dann nicht mehr hier auf dieses Mikrofon klicken. Allerdings bedeutet das auch, dass Cortana quasi permanent in so einem Hallo-Wach-Modus ist und alles mithört, was Sie sagen, denn es könnte ja der Begriff Hey Cortana dabei sein. Ich habe dazu in einem Artikel gelesen, dass man befürchtet, dass das übertragen wird oder übertragen werden kann. Man sollte mal ausprobieren, ob dieses Hey Cortana auch im Offline-Modus funktioniert. Dazu habe ich einmal den Rechner vom Internet getrennt und diese Funktion funktionierte trotzdem. Allerdings die Fragen wurden zum Teil dann nicht mehr erkannt, weil für die Erkennung der Fragen, die Sie hier eingeben oder eben auch bei der Eingabe ist es kein Problem, aber wenn Sie die Fragen sprechen, dann ist eine Internetverbindung notwendig, damit der Pasa, also das Programm, was die Spracheingabe interpretiert, richtig funktioniert. Ich schalte das jetzt einmal ein und ab sofort reicht es, wenn ich sage Hey Cortana und jetzt kann ich was eingeben und Sie sehen direkt da unten steht und jetzt kann ich was eingeben und es wird im Internet gesucht. Ich möchte allerdings Termine eingeben, also muss ich dort eine sinnvolle Spracheingabe machen, also nicht irgendwas, sondern vorher überlegen, was sage ich jetzt. Und da gibt es eben zwei wichtige Begriffe, das eine ist erinnere oder denk dran, wenn Sie einen Satz mit diesen Worten beginnen, dann wird eine Erinnerung eingestellt und ansonsten muss entweder der Begriff Kalender oder heute Abend oder morgen, also wenn solche Begriffe auftauchen, dann wird ein Termin da draus, das werden wir uns aber gleich anschauen. Es reicht also jetzt aus, Hey Cortana zu sagen. Nein, ich habe zu viel gequatscht. Hey Cortana, erinnere mich in zwei Minuten daran, dass der Tee fertig ist. In Ordnung, ich kann dich heute um 20 Uhr und 40 Minuten an Tee fertig ist erinnern. Ist das korrekt? Ja. Immer wenn Sie auf diese Fragen von Cortana eine Antwort geben, müssen Sie darauf warten, dass hier unten Zuhören aktiv steht. Wenn Sie zu schnell Ihre Antwort geben, kann sein, dass der erste Teil der Antwort abgeschnitten wird und Cortana sie nicht richtig versteht. Es kann also auch durchaus passieren, dass wenn ich jetzt gleich etwas sage, Cortana das nicht ganz korrekt versteht, man kann das aber im Nachhinein korrigieren. Ich weiß nicht genau, was jetzt gleich passiert, aber ich möchte Sie da schon mal vorbereiten. Und zwar würde ich gerne, wenn ich wieder in Düsseldorf bin, daran erinnert werden, dass ich den Willi anrufe. Also, Hey Cortana. Erinnere mich, wenn ich in Düsseldorf bin, dass ich Willi anrufe. In Ordnung, wenn du Düsseldorf erreichst, erinnere ich dich an Willi anrufen. Korrekt? Ja. So, wenn ich jetzt, Sie sehen auch, ich muss das mal eben unterbrechen. Sie sehen hier auf der rechten Seite, dass der Tee fertig ist. Und ich kann jetzt nochmal mich in fünf Minuten erinnern lassen oder das abschließen. Das hat also soweit funktioniert. Wenn Sie im Nachhinein einfach mal sehen wollen, woran soll mich Cortana eigentlich so erinnern, dann können Sie auch hier Cortana aufrufen und auf diese Birne klicken. Da sind dann alle Erinnerungen abgebildet. Das heißt, hier steht halt, Willi anrufen, wenn ich in Düsseldorf ankomme. Über diesen Button hier unten können Sie einzelne Erinnerungen markieren und dann eben auch hier löschen. Soweit zu den Erinnerungen. Das heißt, wenn ich dann Düsseldorf erreiche und mein Windows Phone die GPS-Daten erhält, bekomme ich dann über mein Handy eine Information, dass ich Willi anrufen soll. Schauen wir mal weiter. Das waren Erinnerungen. Die werden auch in Ihren Kalender eingetragen. Ich öffne mal den Kalender. Und Sie sehen, da ist noch nicht viel vorhanden. Ich werde mich nochmal an den Kaffee erinnern lassen zum Beispiel. Hey Cortana. Denkt dran, dass in fünf Minuten der Kaffee fertig ist. Erinnern an Kaffee fertig ist heute um 20 Uhr und 46 Minuten. Ist das korrekt? Ja. Und Sie sehen, hier ist jetzt eine Erinnerung eingetragen. Diese Erinnerung können Sie aber aus dem Kalender nicht löschen. Da werden Sie vergeblich irgendeinen Button suchen. Das heißt, wenn Sie diese Erinnerung öffnen, sehen Sie hier die Details, aber nirgendwo ist ein Button zum Löschen. Sie können diese Erinnerung nur löschen, indem Sie über Cortana gehen, wie ich Ihnen das gerade schon gezeigt habe, hier den Kaffee markieren, entweder über den Button, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, oder so. Und dann wird die Erinnerung gelöscht. Das nur kurz zu der Querverbindung zum Kalender. Jetzt würde ich gerne heute Abend eine Verabredung eintragen. Hey Cortana. Ich habe heute Abend eine Verabredung. Wie soll der Betreff lauten? Verabredung. Okay. Den Termin Verabredung für heute um 21 Uhr in deinen Kalender eintragen. Ist das korrekt? Ja. Verstanden. Ja, und Sie sehen jetzt, hier ist um 21 Uhr der Termin eingetragen. Ich habe jetzt einfach mal die vorgeschlagenen Zeiten übernommen. Aber ich stelle fest, was sagt die Uhr? Wir haben schon viertel vor neun. Ich möchte den Termin auf morgen verschieben. Also bitte ich Cortana, hey Cortana, verschiebe meine Verabredung von heute auf morgen. In Ordnung. Du möchtest die Uhrzeit für den Termin Verabredung auf morgen um 21 Uhr ändern. Korrekt? Ja. Alles klar. Ja, ich denke mal, das hat einen Eindruck davon vermittelt, was Cortana im Kalender alles so machen kann. Da geht noch mehr. Ich habe auf gigasoftware.de, ich werde den Link aber noch an anderer Stelle zur Verfügung stellen, eine wunderschöne, sehr, sehr umfangreiche Liste gefunden mit vielen Möglichkeiten, wie man Cortana ansprechen kann, damit etwas passiert. Sie hatten ja schon kennengelernt, wie man mit Cortana eine Anwendung starten kann. Das heißt, ich hätte auch, um das noch einmal zu zeigen, den Kalender auch mit Cortana starten können. Hey Cortana, starte Kalender-App. Klar, ich öffne die App Kalender. Und Sie sehen, auch das geht ohne Maus und Tastatur. Und Sie sehen, auch das geht ohne Maus und Tastatur.